Das ist Jan, ein Spezialist, der in Berlin das Cheaten lernte. Jan hat ein Gaming-Notebook und kämpft gegen die Zocker. Jan Frenzes ist Templeton Peck. Templeton Peck schlägt zurück. Jan Frenzes Peck Guyver Die Ein-Mann-Armee aus MacGyver ist mit noch mehr Power unterwegs. In der Mars-Riegel-Werbung. Jan Frenzes kämpft als Ethan Hunt in Mission Impossible Francis. Das Volk hat nun einen Beschützer. Nein, Gamer. Jan Frenzes in Das BF-Team. Jan Frenzes nach MacGyver und Mission Impossible. Brille und Film-Mann. Und BF-Storytime. Es ist Samstagabend. Es ist Zeit für BF-Storytime. Jan Frenzes. J fröhlicher Mord erschüttert Berlin. So. Was haben wir hier? Eine tote Frau. Die Suche war leicht. Ich krieg dich, du Schwein. Der kommt unterwegs zu schwer. Hände auf! Polizei! Mach die Schwabbel! Ich bin Französ. Wenn du bleibst! CSI Berlin! CSI Berlin!